So, guten Tag. Ja, Frankfurter Buchmesse findet statt, natürlich, klar, aber halt ein bisschen kleiner, so klein, dass wir dachten, wir müssen da noch irgendwie so ein alternatives Stand bei Ihnen, einen Informationsstand bei Ihnen anbieten und wir tun das hier auf diesem kleinen digitalen Wege, also der Surkamp Espresso wird zum Surkamp Espresso Spezial. Wir haben schon in anderen Folgen uns mehrere Reihen des Verlags angeguckt, jetzt sind wir hier bei der Bibliothek Surkamp angekommen und ich begrüße Sabine Erbrich und Frank Wegener. Guten Tag. Guten Tag. Bevor wir auf ein paar Bücher schauen zu dieser Bibliothek Surkamp, ruhig mal ausholen, wie kam es dazu, die Geschichte, der Werdegang, bitteschön. Unser ältestes Informationsstandbein im Verlag, unsere älteste Programmreihe. Auftakt, Erscheinungstermin war der 23. Oktober 1951, also die Reihe feiert bald ihren 70-jährigen Geburtstag. Peter Surkamp selbst hat sie initiiert, ihm schwebte eine Liebhaberbibliothek für eine Leserelite vor und was er im Sinn hatte, waren die, wie er sagte, idiosynkratischen, also eigensinnigen Nebenwerke, großer und größter AutorInnen, also die Hauptwerke, die wollte er im Surkamp Hauptprogramm belassen wissen, aber diese exquisiten Nebenwerke, die wollte er in dieser Bibliothek versammeln. Das war so die Auffassung, die Vorstellung, die er damals davon hatte. Prosa, Lyrik, Geisteswissenschaften, original deutschsprachig, aber auch in Übersetzung. Und programmatisch ist das so eine Art Who is Who dessen, was in alter Zeit Surkamp-Kultur genannt wurde. Inger Christensen, Clarice Lispector, Nelly Sachs, Fritzi Mayröcker, Achmatova, Rosemary Waldrop, Beckett, Prost, Joyce und so weiter, Handke, Enzensberger, in der Theorie Adorno, Benjamin, Brecht, Bloch, also Fetgenstein, also wirklich, wirklich namhafte AutorInnen. Das Ganze begann 1951 in dieser Anmutung, in der Gestaltung von Rudolf Kroth. Das bringen wir mit der Reihe heute nicht mehr gut in Verbindung, denn seit 1959, seit Willi Fleckhaus die Gestaltung übernommen hatte, sieht die Reihe so aus. So sah sie auch lange Zeit relativ unverändert aus. Hin und wieder wurde mit Farben experimentiert, mal mehr, mal weniger gelungen. Ich finde das hier ganz apart. Camus, das kann man so machen. Und im Grunde haben wir in diesem kleinen Format gearbeitet bis 2009. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir auch ein größeres Format einführen könnten. Ich zeige das auch mal. Das ist Kubin, die andere Seite. Das ist ein Buch, das sieht man hier auch. Wir haben hier also so etwas Illustratives auf dem Naturpapier-Cover. Also das ist eine Neuerung. Und dass wir überhaupt dann, ich weiß nicht, wie gut man das sieht, die sind einige Illustrationen, einige Bilder, also dass man zu solchen Bild-Text-Formaten übergeht. Das ist etwas Neues. Das machen wir seit 2009 relativ flexibel. Mal kleinere Formate, mal größere, mal illustriert, bebildert, mal nicht. Darüber haben wir uns die Möglichkeit eröffnet, veritable Kunstbücher eigentlich, die aber trotzdem so ein auch literarisches Narrativ vielleicht haben, zu publizieren. Sabine hat zum Beispiel das Adressbuch von Sophie Kall übersetzt. Das versuche ich auch mal zu zeigen. Also das ist ja sehr abbildungsbildlastig. Eine Konzeptkünstlerin, die aber mit einem Anspruch arbeitet, den man auch literarisch verstehen könnte. Und ich glaube, was für uns, wie soll ich sagen, wir empfinden da so einen gewissen Lokalpatriotismus in Bezug auf diese Reihe. Und der handelt auch von der Ausstattung. Das ist wirklich unsere biophilste, am aufwendigsten ausgestattete Reihe. Also wir haben hier das Naturpapier. Wir haben hier diesen sehr schönen Einbanddeckel. Das kann ich auch mal zeigen. Das ist sehr massiv farbiges Vorsatzpapier. Papier mit sehr, sehr dicker Grammatur. Also diese Abbildung, zum Teil auch vierfarbig, das funktioniert sehr gut auf dem Papier. Ein Lesebändchen. Also das ist wirklich Fadenheftung. Das wird man jetzt nicht sehen, aber das könnt ihr mir glauben. Fadengeheftung, das ist schon exklusiv ausgestattet. Hervorragend. Da haben wir jetzt so ein bisschen Geschichte genossen. Haben angefangen im Jahr 1951. Und ganz genau in diesem Jahr kam auch die Erzählung raus von Arno Schmidt. Und dazu kommen wir jetzt zu einer Neuerung der Bibliothek Surkamp. Und zwar, man kann eigentlich sagen, der ersten Graphic Novel. Erzählen Sie ein bisschen was dazu. Wie kam es dazu? Wir sind große Schmidt-Fans. Schmidts Werk liegt seit einiger Zeit hier im Surkamp Verlag vor. Wir veröffentlichen das. Nikolaus Mahler, der Meister der Reduktion, Proust Recherche, 2000 Seiten. Das hat er auf 132 Seiten, glaube ich, gebracht. Wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen, kam raus, er ist großer Schmidt-Fan. Wir ja auch. Und dann hatten wir die Idee, dass Schwarze Spiegel eine sehr schöne Gelegenheit wäre für dieses kollaborative Projekt. Von 1951, genau, also spielt 1960 die ganze Geschichte, kleine, knappe Erzählung. Es ist ja 1960, Dritter Weltkrieg ist vorbei, alles zu Schanden, menschenleere Welt. Und so ein namenloser Typ fährt mit dem Fahrrad durch die Lüneburger Heide und sinniert darüber, ob das jetzt schlimm ist, dass die Menschen weg sind. Hat da so kosmologisch-philosophische Gedanken, trifft dann unverhofft eine Frau. Die kommen einen Moment zusammen, das ist so eine Adam-Eva-Idylle-Boème mit kleinbürgerlichen Organisationsbedürfnissen, Kleingarten. Und wer macht den Abwasch und so weiter, mit einem überraschenden Ausgang, eine ganz toll erzählte, humorvolle, prägnante Geschichte um Nikolaus Mahler. Ja, wie macht er das? Wie macht er das? Er macht das sehr, sehr stilisiert, er macht das sehr, sehr ausgewählt, lakonisch, aber mit großer Wucht, mit großer Empathie, mit schöner Anschaulichkeit. Das ist so sein Idiom, das passt hier fantastisch, das ist sein stilistisches Idiom, das ist sein Strich und diese ganze Humorbereitschaft. Also Schmidt gilt ja als humorloser Spießer, das ist natürlich Quatsch. Schmidt ist ein formal avancierter Erzähler und ist sehr, sehr witzig und kennt das ganze Kleinbürgermilieu, kennt er sehr, sehr gründlich. Und das scheint auch in dieser Geschichte wunderbar auf. Jetzt kommen wir zu einem Buch, Mary Rufel, Mein Privatbesitz, eine Sammlung von 41 Geschichten, die uns wohin nehmen? Genau genommen eine Sammlung von 41 Poser-Miniaturen, was nicht ganz unwichtig ist, denn Mary Rufel ist eigentlich bekannt als Lyrikerin, sie hat eben auch Poser geschrieben. Es ist erstaunlich, dass sie auf Deutsch noch nicht erschienen oder entdeckt worden ist bisher. Ja, sie gilt wirklich als eine der bekanntesten Lyrikerinnen in den USA. Sie war für den Pulitzer Prize nominiert für den National Book Award. Sie publiziert ihre Bücher seit über 40 Jahren. Insofern sind wir sehr, sehr froh, dass wir diese literarische Troubei nun auch dem deutschen Lesepublikum anbieten können. In der kongenialen Übersetzung, wie man hier ja auch sieht, von Esther Kinski. Aber ja, zurück zu den 41 Texten, die hier versammelt sind. Mary Rufel hat einen sehr, sehr besonderen Blick für den Alltag. Also so wie Arno Schmidt das kleinbürgerliche Milieu beschreibt, das gelingt ihr auch auf fantastische Weise. Sie hat eine besondere Gabe des Hinsehens, kann man sagen. Und in diesen 41 kurzen Fragmenttexten beobachtet sie Menschen im Alltag. Sie schreibt beispielsweise, vielleicht nicht ganz so alltäglich, über die für sie zu Unrecht abgelegte Tradition von Schrumpfköpfen. Die weißt du nochmal für mich? Die Tradition der Schrumpfköpfe. Also sie möchte, ihr Traum ist es, eine kleine Eierschalenpackung mit zwölf Schrumpfköpfen zu füllen, ihrer Ahnen. Weil sie denkt, das ist eine besonders respektvolle Art und Weise, an ihren Ahnen zu gedenken. Sie schreibt über nachbarschaftliche Wettstreits, wer die opulenteste Weihnachtsbeleuchtung, mit der opulentesten Weihnachtsbeleuchtung aufwarten kann. Sie schreibt aber auch genauso über die erschütterlichen Realitäten der Menopause. Und all diese Alltagsbeobachtungen beschreibt Mary Rufin mit einem sehr, mit einem bewusst naiven Blick. Es ist fast ein kindlicher Blick. Sie hat einen großen Sinn für Lakonie und für schrägen Humor und gewinnt damit eben unserem vielleicht doch auf den ersten Blick banalen Alltag eine große Schönheit und eine große Poesie ab. Sehr schön. Herr Wigner, trinken Sie ruhig. Das letzte Buch, das Sie uns heute vorstellen, kommt von Annie Ernaux, Das Ereignis. Es handelt von dem eigenen Schwangerschaftsabbruch im Jahr 1963 und vor allen Dingen auch so ein bisschen, wie das da in der Gesellschaft gesehen wurde zu diesem Zeitpunkt. Was ist es? Ist es eher ein privates oder eher ein politisches Buch? Beides. Beides zugleich. Das ist ja die Leistung Annie Ernaux. Wir haben ja an dieser Stelle gelegentlich über diese Autorin gesprochen und sie ist im Grunde genommen so eine Vorreiterin, kann man eigentlich sagen, soziologisierender Selbstbetrachtung. Und das bedeutet in diesem Fall beides zugleich. Ja, also das ist eine private Geschichte, die jetzt aber nicht anrührend, sentimentatisch erzählt wird, sondern mit dieser Klarheit, mit dieser zum Teil auch analytischen Schärfe, die ihr zu eigen ist. Und das schließt eben etwas auf, etwas Politisches, etwas Gesellschaftliches. Und das ist ein Buch von 2000. 2000 hat sie es, oder Ende der 90er geschrieben, 2000 ist es erschienen, rekurriert auf diese Erfahrung im Jahr 1963. Und das Bedrückende im Grunde an diesem Buch ist, also nicht nur die Härte gewisser Erfahrung, die da beschrieben ist, sondern auch die leider unverminderte Aktualität, muss man sagen. Wenn Sie jetzt sagen, das ist ein Text aus dem Jahr 2000, wie viele unübersetzte Texte von Annie Ernaux gibt es denn noch, die man vielleicht noch rausbringen könnte? Ja, ja, wir sind ja dabei. Wir machen rege weiter. Also historische Reminiscenz, das erste Buch, das ich vor drei Jahren vorstellen durfte, war ein Buch an die Ernaux. Inzwischen sind sechs erschienen in der fantastischen Übersetzung durch Sonja Fink. Das heißt, wir nehmen Ernaux sehr ernst und wir werden einfach weitermachen. Also ich glaube, wir haben noch gut 13, 14 Bücher der Autoren vor uns und darüber sind wir froh. Wir hätten ihr den Nobelpreis sehr gewünscht. Da stand sie ja sehr hoch im Kurs, den hat sie leider nicht bekommen. Aber sie ist und bleibt die Nobelpreisträgerin unserer Herzen. Welch schöner letzter Satz. Frau Erbrich, Herr Wegner, vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Alle Surkamp-Espresso-Spezials gibt es natürlich für Sie nachzuschauen, wann immer Sie wollen. Merci. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.